Moin Leute! Am heutigen Tag fahren wir eine Runde Scooter. Und zwar bei Scoot. Ich bin hier, glaube ich, gerade in so einer Art Tutorial. Okay, ich kann ein bisschen sprinten. Sag mal, kann mir jemand mal meinen Scooter geben? Ah, call your scooter. Äh, Junge, wie steht er denn da? Oh! Irgendwas ist hier falsch. Okay, ja. Scooter. Aua! Alter! Push! Let's go! Als ich ein Kind war, hatte ich auch so einen geilen Scooter. Oh ja, ganz. Ich habe mal so ein Video... Hab ich das gerade gesehen? Wie habe ich das denn gemacht? Ich bin gerade gesprungen. Wie sprich... Oh, oh! Junge, warum bist du gestolpert? Ich brauche jetzt nochmal los. Ich checke nicht, warum der gerade gestolpert ist. Power Slide. Ja, man kann... Enge Kurven. Enge Kurven. Zack. Geiles Ding. Au! Sag mal, der Junge hat immer schwächer Anfall. Bunny Hop. Ah ja. Hopp! Oh, Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Kommt ihr hier? Digga, ich... Äh... Okay. Ja, was ist hier gerade passiert? Alter, na. Ja, 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 ich mache hier... Ich mache hier geile Tricks. Ja? Tail Whip. Er dürfte... What, Gary? Hopp! Oh! Äh... Ich checke nicht ganz, wie ich diesen Tail Whip machen soll. Das sah krass aus. Aber das war kein Tail Whip. Das sah... War das ein Tail Whip, was ich gerade gemacht habe? Also, ich habe ihn leider nicht gestanden. Da! Das war wieder ein Inward. Aber ich soll... L-T-R-T. Mann, Junge! Jetzt sagt er schon... Junge, gib einfach auf. Mach den... Mach den Bar Spin. Okay, Bar Spin mache ich jetzt. Oh, das war gut! Das war wirklich gut! Warte mal, ich zeige euch jetzt den Bar Spin. Ich habe ihn bloß nicht gestanden. Komm, hier. Hopp! Was ich allerdings ein bisschen skandalös finde, der Junge trinkt gar keinen Held. So, warte mal. Hopp! Ja, warte. Hopp! Da war er. Aber er schafft es nicht, ihn zu landen. Ich zeige euch jetzt diesen blöden... Was soll das denn jetzt? Grinden! Chillig! Hopp! Ah ja, und dann... Ja, ja. Oh, ja. Guck mal, jetzt hier. Nochmal klein... Oh. So, ich brauche jetzt erstmal richtig Speed. Und dann... Hopp! Ja! Chillig! Ja! Okay, ich muss treffen. Ja, sehr nice! While grinding, you can move. Okay. Ja. Na, ach, ich zirb, Bruder. Ich bin der beste Scooter Fahrer auf der Welt. Oh, jetzt! Jetzt geht's los! Ja, ist ja gut! Jetzt lass mich doch fahren! Ja. Hopp! Alter! Das Spiel... Jetzt... Was machst du denn? Was ist das denn jetzt? Ja, schön, wie toll du tanzen kannst. Ja, ich will jetzt fahren! Ja, okay. Das Blöde ist... Ich fahre jetzt, ja. Ja, schön. Hier, ich sehe es. Ah ja. Oh! Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber es ist krass. Und runter. Du sollst jetzt doch nur runterspringen. Bin ich jetzt wieder zurückgesetzt. Hör doch auf jetzt! Was passiert jetzt? Hallo? Ich bin... Ich bin in der richtigen Welt. Nice! Komm, jetzt mache ich hier ein paar Tricks. Pass mal auf hier. Wupp! Oh! Okay. Zack! Dann fahren wir hier hoch. Zack, Alter! Der Junge, der hat sich gefühlt schon alles gebrochen. Ja. Ach Mann, jetzt hör doch auf! So. Jetzt hier mache ich... Das habe ich auch noch gespuckt. Ich will doch hier noch grinden. Das habe ich doch eben immer so gut gemacht. Jetzt hier. Hopp! Oh ja, äh... Du willst mich doch verarschen, dass du jetzt hier nicht mehr grinden kannst. Ich bin der beste Scooter-Fahrer der Welt. Hopp! Ja, komm. Gibt Geschwindigkeit. Dann fahren wir hier rüber. Ja? Sehr gut. Sag mal, ich haue mich hier jede zwei Sekunden auf die Nase. Hopp! Warte ab. Warte ab. Zack. Ich gebe jetzt hier richtig Gas. Und jetzt kommt ein sicker Grind. Hopp! Und rückwärts. Alter Schwede. Er ist so krass. Er ist so krass. Gibt es denn auch Autos oder so? Moin. Nee, irgendwie nicht. Scheiße. Bordschein. Er stirbt. Oh, was ist hier? Was geht ab? Ah, hier ist ein Durchfahren. Das schaffe ich doch. Locker. Boom. Jetzt beeil dich. Komm. Zack. So schnell es geht. Beste Scooterfahrer auf der Welt. Immer Ideallinie. Ja. Ah, ich kann es auch gedrückt halten. Okay. Dann bin ich sogar noch ein Tick schneller. Ja, sehr gut. Guck mal. Richtig fahren kann ich. Ich kann halt nur noch keine richtig krassen Tricks. Einmal einfach. Easy. Jo. Einfach Vorzau reisen. Zack. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger. Aber schön ausgewichen. Und boom. Race completed. Kein Problem, Leute. Zack. Jetzt habe ich den Bogen raus. Da fahre ich jetzt hier rüber. Zack. Kleiner Grind. Hier ein kleiner Back. Oh. Junge. Einfach geisteskrank. Was soll ich machen? Full Whip the 50-50 the Rail. Ja. Ja, easy. Alter. Ich weiß zwar nicht, was Full Ripping the Rail bedeutet, aber ich habe mir gerade wahrscheinlich den Rücken zerstört. Na, warte. Ich brauche Schwung. Guck mal. Hier kann ich auch rüber. Zack. Ey, wir werden... Wir werden... Besser. Ich weiß nicht, warum er... Ich weiß nicht, warum er nicht auf die Rail gesprungen ist. Junge, das wäre ja übel sick gewesen. Einfach Frontflip onto the Rail. Guck mal, hier so einfach... Oh, warte mal. Das mache ich. Hier von dem einen Ding zum anderen. Einfach hier so rüber. Hopp. Ja, gut. Ey, bei Tony Hawk hätte ich das geschafft. Ich war... Und da war einer von Among Us. Ich weiß noch, früher Tony Hawk's Pro Skater, das war so geil. So, hier muss ich doch jetzt nur... Wartet ab. Wartet ab hier. Zack. Oh. Okay. Oh, Hilfe. Meine Beine. Jureb, du musst retten. Rette dich. Okay, alles. Ja, hier, guck mal. Hier ist einer von Among Us. Warte mal, hier mache ich jetzt. Doch, da muss... Ey, ganz ehrlich, hätte ich eben, wäre ich eben noch auf dem Ding gewesen. Ich hätte so einen geilen Trick gemacht. Ja. Gar nicht. Fahr weiter, fahr weiter. Guck, gestanden. Jetzt hier nochmal ein. Zack. Und weiter. Easy going. Kleiner 360. Und schnell wieder runter. Über die... Oh. Leute, ich bin genügend Scooter für heute gefahren. Ist ein ganz nettes Game. Also ich muss sagen, dafür, klar, es ist jetzt nicht das krasseste, aber es gibt, glaube ich, auch kaum was Vergleichbares. Und das finde ich immer geil, wenn Leute sich dransetzen und einfach Spiele kreieren, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt 200 Leute an dem Spiel dran sitzen, sondern es wird entweder eine Person sein oder ein kleines Entwicklerteam. Geil. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr selber schon mal Scooter gefahren seid. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Abonniert gerne den Kanal. Schaut auf Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.